Hallo, hier ist Jörg von Planet Fahrrad, dein Podcast, wo es darum geht, wie du mehr Spaß beim Radeln hast. Heute stelle ich dir in meiner fünften Episode 14 nützliche Radbücher vor. Der Winter ist ja jetzt fast vorbei, aber die Outdoor-Saison noch nicht ganz gestartet. Die Tage sind noch etwas kurz und gerade dieses Wochenende ist es auch noch mal richtig kalt geworden. Da hast du ja noch die Möglichkeit, abends auf der Couch entspannt ein Radbuch zu lesen. Auch wenn Bücher etwas altmodisch wirken, bekommst du oft da am besten geballtes Wissen oder eine ordentliche Satteltasche voll Radunterhaltung. In meiner Liste der besten Radbücher findest du nur Bücher, die ich komplett gelesen habe. Irgendwelche langweiligen Titel, welche nur oberflächliche Weisheiten durchkauen und ständig wiederholen, sind nicht dabei. Die Nummerierung ist jetzt keine Wertung und noch ein kleiner Transparenzhinweis. Einige Bücher erhielte ich von den Verlagen kostenfrei, was jedoch nicht irgendwie meine Kritik verändert. Ich habe das mal der Übersichtshalber in vier Bereiche gegliedert. Das erste ist Radtraining, Fitnessbücher, dann der zweite Bereich Romane und Geschichten, drittens Fahrradreise und nützliche Tipps und als letztes viertens lustige Fahrradbücher. Weitere Infos zu den einzelnen Exemplaren findest du direkt in den Shownotes bzw. dem Artikel zu der Episode. Schau einfach unter planet-fahrrad.de-podcast So, da starten wir jetzt direkt mit dem ersten Bereich, Radtraining, Fitnessbücher, Core-Training für Radsportler Tom Denilson und Alison Westphal. Tom Denilson war ein Radprofi und zeigt dir, mit welchen Übungen er mehr Kraft und Ausdauer im Sattel bekam. Zuerst lernst du auf ca. 80 Seiten die typischen Radfahrerschmerzzonen und den anatomischen Background. Danach geht es in die Praxis. In je drei Stufen verbesserst du deine Haltung, beugst Verletzungen vor und beherrschst dein Rad besser. Das zweite ist das Rennrad-Kochbuch von Ben van Beuten. Ben war mal der Koch vom ehemaligen Rabobank-Team und in seinem Buch verrät er dir 60 Rezepte. Diese kochst du mit ganz normalen, einfachen Lebensmitteln nach, brauchst jetzt keine hyperspeziellen Sachen. Dazwischen gibt er dir immer ein paar Tipps, was die Profis während der Tour de France essen. Ich habe das Radbuch im Artikel auch nochmal extra ganz genau vorgestellt und da auch ein paar Rezepte nachgekocht. Das dritte Buch ist die Fast-Formel 4.0 von Dr. Wolfgang Feil. Die aktuellen Studien über die Sporternährung fasst Dr. Feil in seinem zweiten Fast-Fitness-Buch zusammen. Dabei verrät er dir, mit welchen Gewürzen, Nahrungsmitteln du schneller wirst. Leider ging er jedoch nicht auf Hobby-Sportler ein. Am Ende wusste ich so gar nicht, brauche ich jetzt wirklich diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel und anderen Dinge. Trotzdem konnte ich den einen oder anderen Hinweis, wie ich meine Ernährung verbessern kann, mitnehmen. Und mir gefielen die ausführlichen Hinweise, was ich vor dem nächsten Wettkampf essen sollte, um das Maximum herauszuholen. Und dann gibt er dir auch noch Tipps fürs Training, wie man sich da am besten ernährt. In der Formel 4.0 stellt er dir auch seine neue Mitochondrien-Strategie vor. Und abgerundet wird das Buch durch Kochrezepte und einfache Muskelübungen. Das vierte Buch, Time Crunch Cyclist Race Winning Fitness in 6 Hours a Week von Chris Carmichael. Der zeigt uns, wie man mit relativ wenig Trainingsintensität trotzdem fit wird. Auf über 400 Seiten erfährst du alles über Ernährung, Training und Muskelübungen. Besonders gefiel mir das Kapitel über den Trainingsplan. Da erklärte er detailliert die Workouts, stellt verschiedene Trainingspläne für Einsteiger, Lizenzfahrer vor und geht auch auf Mountainbike, Cyclecross, Pendler und Ausdauertouren, sogenannte Grand Fundos, ein. Allein nur für dieses Kapitel lohnt sich schon die Anschaffung von dem Buch. Weil Trainingspläne kosten schnell 30 Euro und mehr. Und er hat es wirklich super erklärt, hat auch dann oft gestellte Fragen beantwortet. Mich störte jedoch am Buch, dass sich Chris ständig wiederholt und seine Beispiele mit Zickthesen untermauert, was aber bei Sachbüchern mittlerweile oft Standard ist. Das Buch gibt es nur in Englisch, aber dank der Kindle-App und den Übersetzungshinweisen konnte ich es trotzdem gut verstehen. Die Nummer 5, Wattmessung im Radsport und Triathlon von Hunter Allen. Für alle, die mit dem Wattmesser trainieren, ist das Buch von Hunter Allen die ultimative Bibel. Jedoch erscheint Anfang März die dritte Auflage und darum warte ich noch ein bisschen ab, bis ich mir das hole. Sechstens, Taping, wirksame Selbsthilfe bei Schmerzen. Diese bunten Tapes regen ja die Faszien an und fördern die Durchblutung der Schmerzstelle. Das sieht man ja auch oft bei Profisportlern. Und mittlerweile ist es ja auch im Amateursport schon längst angekommen. Mit der Zeit verschwinden dann die Schmerzen in den Knien, Rücken oder im Nacken. Und ich habe es auch mal probiert. Die Tapes haben wirklich gewirkt. Mein Knie hielt berghoch länger durch. Der Ratgeber von Roland Kreuzer erklärt dir genau, mit welcher Zugkraft du die Tapes aufkleben musst. Für jede Schmerzregion zeigt er dir, warum die Schmerzen kommen und mit welchen Übungen du deine Muskulatur aufbaust. Dazu gibt es noch eine DVD mit genauen Anleitungen, wie du dich richtig tapest. Jetzt sind wir schon im zweiten Bereich. Romane und Geschichten. Und da kommt gleich das siebte Buch. Die Radsportmafia von Tyler Hamilton und Daniel Coyle. Bestechend ehrlich und spannend wie ein Triller. Das steht auf der Rückseite vom Buch. Und es ist auch nicht unbedingt übertrieben. Tyler Hamilton war Helfer von Armstrong und nimmt uns in seinem Buch hinter die Kulissen. Mit in den Teambus, Hotelzimmer, zu Geheimtreffen und zum Training der Profis. Da ich mich ja noch genau an diese Live-Berichte der damaligen Tour de France-Epoche erinnere, fand ich es total mitreißend, die detaillierte Wahrheit zu erfahren. 8. Der Radrennfahrer und sein Schatten Von Olivier Haralambon Du merkst gleich sofort, dass der Autor ein Philosoph ist. Olivier umschreibt sein Radprofi-Dasein mit schmückenden Formulierungen. Nach jeder Seite hältst du kurz inne und denkst drüber nach, was er uns sagen möchte. Das erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an ein lyrisches Werk à la Schiller und Goethe. Und ich lese dir mal ein kleines Beispiel vor, wie Olivier das Peloton beschreibt. So die Götter es wollen und der Wind bald nachlässt oder das Rennen in einer Landschaftsfalte verschwindet, die es dem Wind entzieht, rottet sich der Schwarm wieder zusammen, ordnet sich wieder, wimmelt und summt vom Neuen und zählt seine Verluste. Für einen Moment wird durchgeatmet, genau wie man mit dem Rücken zum Schützengram auf die nächste Angriffswelle wartet. Und wenn man ihn, den Wind kommen sieht, als krollenden Tumult hinter aufgewirbelten Staubgebäuden, kann man sich ihn gut als plünderungswütige Horde vorstellen. So, das war das Beispiel und jetzt kommt das neunte Buch, Zugtiere in Trägerhosen von Phil Gaiman. Phil gewann zwar keine wichtigen Radrennen, dafür ist er jedoch in sozialen Medien umso aktiver und beschreibt lebendig das Leben eines normalen Radprofis. Dabei geht er auf Dinge ein, die unsere auf Sieger fokussierte Presse verschweigt. Danach weißt du nämlich, wie schwer es ist, in ein World Team zu kommen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Fahrradreise und nützliche Tipps. Da habe ich als erstes das zehnte Buch von Gunnar Fehlau, Rad und raus. Die sogenannten Micro-Adventures oder Bikepacking ist ja der neue Trend in der letzten Zeit, dass man einfach mit seinem Rad rausfährt und direkt in der Natur übernachtet und was erleben will. Wie du dich da am besten dafür vorbereitest, zeigt dir Gunnar Fehlau in seinem Buch Rad und raus. Ich konnte Gunnar auch letzten Sommer mal in einem Extraartikel interviewen und habe das auch verlinkt. Das elfte Buch, Fahrradreparatur von Ulf Hoffmann für die Stiftung Warentest. Vielleicht nervt es dich auch, das Rad wegen irgendwelchen Kleinigkeiten in die Werkstatt zu karen und nachher haut es dich dann aus dem Sattel, wenn du die Rechnung siehst. Es lohnt sich auf jeden Fall, kleinere Reparaturen selber zu beheben und in dem Buch von Ulf Hoffmann bekommst du richtig detaillierte Bilder und auch eine Kostenkalkulation. So kannst du einfach abschätzen, ja, lohnt sich das jetzt, das selber zu schrauben oder es vielleicht doch besser in die Radwerkstatt zu bringen. Nun sind wir jetzt auch schon in der letzten Kategorie, lustige Fahrradbücher. Die Nummer zwölf sind die Radfahrer-Cartoons von Dave Walker. Das ist das erste Bratbuch, welches auch meiner Frau gefällt, weil Dave Walker zeichnet mit seinen Cartoons die typischen Radfahrer-Klischees Marotten und besonders auch die Beziehung zum nicht radverrückten Familienteil. In meinem Blog habe ich auch mal ein paar Bilder reingestellt, zum Beispiel im Wohnzimmergründe, das Rad gerade hier unterzubringen. Und da hat er so ein schönes Bild, wie zwei im Wohnzimmer sitzen, das Rad als Kunstwerk an der Wand. Wenn man das Rad einspannt im Trainer, ist das eine zusätzliche Sitzgelegenheit für Besucher. Man kann es auch als mehr Platz, um die Wäsche aufzuhängen oder als letztes ein schöner, warmer Ort, um daran zu schrauben. Also wirklich ein richtig cooles Buch. 13. Prägels Selbsthilfe für Hobby-Radsportler von Jürgen Löhle. Die Geschichten über Prägel kennst du vielleicht aus dem Tourmagazin und mittlerweile gibt es insgesamt fünf Bücher. Da dreht sich es auch um die typische Radkultur und wie Prägel immer versucht, gegen den Strom seines Vereins zu radeln. Das letzte Buch, die Nummer 14, Die Regeln, Kodex für Radsportjünger von Velominati. Der Knicke für Radfahrer hat ja letztes Jahr für Aufsehen gesorgt. Ziemlich viele, ja, in ziemlich vielen Gruppen, sozialen Medien etc. war davon zu lesen. Alle klassischen Radsportregeln sind da in einem Buch vereint, was so ein bisschen an die 10 Gebote von Moses erinnert. Halte dich dran und du fällst bei den älteren Herrenrunden nicht negativ auf. Jedoch fand ich, die Radfahrer-Cartoons zeigen dir diese Regel amüsanter und nicht mit der Härte eines Stahlrahmens. Zumal ich ja auch mehr so der Meinung bin, wie es bei einem Lied von den Ärzten ist. Es ist egal, was du tust, hauptsache es macht dich glücklich. Und genauso ist es auch beim Radfahren. Es ist egal, wie du Rad fährst, hauptsache du hast Freude dran und gefährdest keine anderen Leute. Insofern fand ich das Buch jetzt für mich persönlich nicht so überphänomenal. Jetzt bist du dran. Ich will meine Liste noch erweitern und dafür brauche ich deine Hilfe. Hast du noch ein Radbuch, was du empfiehlst? Dann schreib mir deinen Kommentar in dem Artikel zu dieser Episode. Den findest du direkt unter planet-fahrrad.de-podcast oder du klickst einfach in die App und klickst da auf den Link in der Beschreibung. Und wenn mir dein Buchtipp gefällt, dann landet der auch auf meiner Liste. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen guten startenden Frühling und bis bald. Dein Jörg. Ciao. Ciao.